Na so zusammen, mich hier ist wieder heute lahn-Hüchte für euch in Dragonflight unterwegs und wollte euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es gleich um zwei schicke Mounts und zwar befinde ich mich hier mit meinem Main schon einmal auf dem boshaften Säbelzahn. Das ist das Allianz PvP Mount, was ihr in der ersten Season von Dragonflight euch ja spielen könnt. Sieht eigentlich relativ cool aus, hier auch mit den Allianzfarben und der Allianzflagge, die hinten so ein bisschen am Glühen und Brennen ist. Und selbiges gibt es dann auch nochmal für die Horden-Seite und zwar haben wir das Mount hier. Ihr seht, das ist dasselbe Grund-Mount, bloß jetzt hier einmal mit den roten Hordenfarben und dementsprechend der Hordenflagge hinten. Eist auch tatsächlich gleich, boshafter Säbelzahn und wenn ihr eine Variante freigespielt habt, kriegt ihr tatsächlich beide. Und ich sehe gerade, das Druid Elite Set passt auch wunderbar hier zu der Farbvariante dazu, also zumindest zu dem Horden-Ding. Macht auf jeden Fall was her zusammen. Gut, wo gibt es das jetzt her? Naja, ihr müsst ein bisschen gewertetes PvP spielen und dazu schauen wir einmal rein. Wir können sowohl im gemischten Einzel, 2 gegen 2, 3 gegen 3 und im 10 gegen 10 dementsprechend ein paar Wins farmen. Und wie funktioniert das? Wenn wir jetzt hier auf den Sattel oder die Season-Belohnung drüber fahren, dann sehen wir es schon. Das bekommen wir, wenn wir ein Rating von 1000 haben und dann dementsprechend in einem von diesen Brackets Wins einfahren. Und zwar ist es dann folgendermaßen, dass wir im 2 gegen 2 0,42% bekommen, im 3 gegen 3 1,25% und im RBG 2,5% pro Win. Also beim Loose kriegt ihr nichts und wenn ihr unter 1000 Rating spielt, kriegt ihr auch nichts. Sobald ihr über einem Rating von 1000 seid, bekommt ihr die Punkte. Dann müsst ihr einmal hier den Balken auffüllen und sobald ihr den Balken aufgefüllt habt, bekommt ihr das Mount sowohl auf der Horden als auch auf der Ali-Seite. Und dann könnt ihr so oft ihr wollt, beziehungsweise nein, nicht so oft ihr wollt, ihr könnt dann noch 10 Mal weiter in der Season den Balken auffüllen und euch einen Sattel holen. Und mit diesen Satteln könnt ihr dann die alten PvP-Mounts holen. Und das bringt uns gleich zu der Geschichte, solltet ihr das jetzt in der ersten Season verpasst haben, dann könnt ihr das, nachdem Dragonflight vorbei ist, euch über so einen Sattel holen. So ist es zumindest in der Vergangenheit immer gewesen. Sprich, man kann in der jeweiligen Add-On immer nur in der jeweiligen Season das Season-Mount holen. Und sobald die Expansion vorbei ist, gibt es die alten Season-Mounts quasi gegen diese Sattel, die ihr euch farmen könnt, wenn ihr das aktuelle Season-Mount schon eingetütet habt. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Ich würde sagen, ihr farmt euch jetzt noch schick diese zwei schicken Mounts, bevor die Season zu Ende ist. Lang ist es ja nicht mehr. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!